bonjour a tous thomas hier heute geht es um den geon we will 2 und unter anderem darum was der we will 2 möglicherweise besser kann als andere gibt unter anderem auch sein unmittelbarer vorgänger der we will es grundsätzlich fangen wir mal ganz vorne an der we will 2 ist ein ganz normaler gimbal der genau das macht und auch das kann was zunächst mal ein gimbal können soll er gleicht nämlich die kamera bewegung aus damit wir schöne ruhige videos produzieren können schön ruhige kamerafahrten produzieren können und er hat auch die ganzen gängigen modi die wir so von dem gimbal kennen um die verschiedenen bewegungen auszuführen ergänzend haben auch ein porträt modus und dann können wir die kamera schalt das gerade mal ein und dann können wir die kamera hochkant einstellen und wenn wir das ganze so machen haben wir ein porträt modus und das kann man beispielsweise wenn ihr videos für tik tok für youtube shorts und ähnliche dinge produziert instagram stories und ihr braucht da ein hochkantformat könnt ihr das mit dem gimbal ganz genauso machen so und dann können wir ihn auch wieder in die ursprüngliche position versetzen noch der ein oder andere ergänzende technische aspekt der gimbal wiegt betriebsfertig 1,47 kilo also genauso ohne die kann man natürlich zunächst mal wie ich ihn hier habe und er hat eine traglast von bis zu 3,3 kilo und das heißt im grunde auch dass die ganzen hybrid shooter wie ihr wie ich alle die mit einer spiegellosen kamera film dann eigentlich ihr ganzes setup da auch ohne probleme dran bekommen und auch mit den ganzen objektiven die man üblicherweise zum film benutzt überhaupt keine probleme haben sollten und die akkulaufzeit wird vom hersteller mit neun stunden angegeben nach meiner erfahrung liegt die im praxisbetrieb tatsächlich dann bei so siebeneinhalb bis acht stunden akku ist verbaut ist auch nichts ungewöhnliches mehr wenn auch sicherlich nicht unbedingt von jedem gewünscht das haben die meisten der heutigen gimbal die heute produziert werden haben einen fest verbauten akku es hat seine vor und hat seine nachteile den gimbal gibt es in drei varianten einmal in der standardversion genauso wie ich ihn jetzt hier habe so wie er mir vom hersteller zur verfügung gestellt wurde der gimbal noch da natürlich die anmerkung wo der mir kostenfrei von jean zur verfügung gestellt und es gibt eine zweite version es gibt ein combo variante da gibt es einen ergänzenden hochkant griff die man hier oben dran schrauben kann hat man zwei fixierpunkte und es gibt die high end variante die profi variante da gibt es dann noch zusätzlich einen eine funkstrecke mit der wir das bild übertragen können und wohin da komme ich gleich drauf zu und das ist eine der ganzen eine der besonderheiten bei dem wie bill 2 zur verarbeitung des wiebel zwei gibt es nicht allzu viel zu sagen außer die verarbeitung ist einwandfrei da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern das ist alles so wie es muss was die handhabung betrifft ist für mich der geben will aber das eine persönliche geschichte so an der grenze dessen dass ich ihn noch durchaus bereit bin aus der hand zu benutzen mit 1 knapp 1,5 kilo ist er nicht der leichteste aber dafür ist er auch zum einen sehr tragfähig wir hatten das ja gerade mit 3,3 kilo und dann wie gesagt kriegt man eigentlich das gängige spiegellose kamera setup drauf er hat eine sehr schöne gummierung die vorn und hinten ist und meine große relativ große pranke meine große hand passt da wunderbar drauf und liegt auch schön fest und dann kommen wir schon mal zu den ersten besonderheiten und die befinden sich an dieser seite auf der linken seite zum einen haben wir das könnt ihr hier sehen haben wir ein joystick und die ganze geschichte ist ein bisschen angeschrägt so dass in meinem fall zum beispiel ich mit dem daumen da sehr gut dran komme und ich den gimbal ergänzend wenn ich das müsste möchte auch in dieser form steuern kann kann also die gimbal bewegung ergänzend über den joystick steuern und das ganze ist auch sehr gut zugänglich liegt an einer sehr schönen position und wie das wie für einen gimbal üblich ist haben wir irgendwo meistens hier für den zeigefinger haben wir eine taste wo wir den gimbal auf seine ausgangsposition zurückstellen können das ist an sich nicht das besondere also der joystick liegt sehr schön und lässt sich sehr schön weich bedienen und seine reaktionsfähigkeit können wir über das menü auch ohne probleme anpassen feiner schneller reaktiver das zweite wir haben ja einen kameraauslöse knopf wir können nämlich sehr viele kameras welche kameras ist das on detail sind gibt der hersteller auf seiner hersteller seite an wir können sehr viele kameras unter anderem nikon unter anderem ganze reihe kanon kameras als sony kameras panasonic kameras fuji kameras glaube ich auch bin ich jetzt nicht ganz sicher schaut auf jeden fall mal nach können wir per usb können wir koppeln und können dann über diesen auslöse knopf können dann entweder die video aufzeichnung starten oder beenden oder auch dann beispielsweise wenn du das dann auch nutzt auch ein foto machen wir haben sowohl im hinteren bereich des armes als auch im vorderen bereich haben wir im ganzen drei usbc anschlüsse und der hersteller liefert auch eine ganze reihe kabel mit sodass dann die ganzen kameras auch bestimmungsmäßig angeschlossen werden können die erste besondere besonderheit die ihn abhebt von denen bisher zumindest von mir verwendeten und mir bekannten gimbals ist dieser schalter den ihr seht da haben wir also einen separaten schalter und über diesen schalter können wir ohne dass wir eine smartphone app benutzen ohne dass wir die einstellungen an dem über die menüfunktion benutzen müssen können wir in drei verschiedenen gimbals einstellen einmal haben wir den gimbals modus lf also die klassische panorama funktion dass die horizontale beibehalten wird ansonsten folgt der gimbals der bewegung dann haben wir die position l das ist also dann der log modus in dem der gimbals die kamera ihre position egal wie wir den gimbals halten vollständig behält und die unterste ist die von mir am meisten verwendete ist der follow modus oder der full modus je nachdem wie der hersteller es benennt und da können wir die kamera in jedweder form mit bewegen lassen dass sie sich also wirklich dann vollständig in alle achsen mit bewegt und das sind auch die drei zumindest nach meinem kenntnisstand nach meiner erfahrung die drei am häufigsten verwendeten modi und es ist sehr schön dass wir die sofort hier im zugriff haben wenn man jetzt auf sehr hohem niveau meckern wollte ich meckere jetzt mal auf sehr hohem niveau könnte man anmerken dass es sehr schön gewesen wäre wenn man hier noch eine vierte funktion die vom benutzer selber definierbar ist hätte verfügbar hätte dass ich mir vielleicht einen vierten modus den ich selber gerne häufiger nutze dass ich den auch direkt über diesen schalter anwählen kann aber wie gesagt das sind eigentlich die drei gängigen modi und damit sollte man schon ganz gut hinkommen und wenn das nicht reicht dann gibt es ja immer noch die steuerung über das menü wie das bei den normalen gimbals oder bei allen anderen gimbals bisher auch üblich war und wir haben gerade schon gesehen und jetzt komme ich zu dem absoluten highlight dass den gimbals wirklich anders macht als alle anderen gimbals es scheint sehr banal zu sein denn ihr seht wir haben hier ein ausklappbares display dass wir auch sehr schön beiseite schieben können wenn wir es nicht verwenden wollen und dieses display hat einfach den vorteil durch seine größe es hat eine größe von 2,88 zoll und ist damit so groß dass ich zum beispiel die ganzen menüpunkte sogar schon ohne brille lesen kann also für alle brillenträger unter euch kann das durchaus ein sehr angenehmer aspekt sein das macht für mich das bedienen des gimbals wahnsinnig ergonomisch normalerweise haben die gimbals hier hinten irgendwo meistens in diesem bereich irgendwo auf der langen achse haben so ein mäusekino das durchaus auch inzwischen touchfähig ist bei den meisten hersteller aber es ist doch relativ klein gut wenn man gehen will sehr sehr viel benutzt was man irgendwann was wohl liegt aber ich brauche dann doch irgendwie immer dazu die brille und ich bin sehr froh dass das in dem fall nicht nicht so ist und man kann sehr schön durch navigieren es gibt also verschiedene kategorien man kann da auch in einem durch navigieren und kommt an alle punkte dran und das entscheidende ihr könnt dadurch dann unter anderem auch auf die smartphone app verzichten alle funktionen die wir bei dem gimpel einstellen können und die verfügbar sind sind sämtlich auch über dieses display verfügbar das ist für mich ein absolutes highlight und macht den gimbals wie schon angesprochen sehr viel ergonomischer als alle die ich bisher hatte das ist aber nur die halbe miete das entscheidende möglicherweise ist aber dass wir dieses display nicht nur zur bedienung des gimbals benutzen können sondern in der variante mit der funkstrecke können wir das videosignal der kamera auch ergänzend auf dem display darstellen lassen so dass wir einen ergänzenden zweiten kontroll monitor haben und es gibt durchaus häufige anwendungsfälle wo das sehr sinnvoll sein kann und auch sehr sinnvoll ist beispielsweise ich benutze sehr gerne auch ein einbein stativ um kran ähnliche bewegungen zu machen und von oben zu filmen oder dinge die sich weiter oben befinden überhaupt erst erreichen zu können mit dem gimbal und dann sehe ich natürlich das kamera display nicht mehr dann weiß ich unter umständen nicht mehr so genau ist das jetzt wirklich der ausschnitt den ich eigentlich haben will dann musst du die kamera wieder runter holen muss kontrollieren ist es dann doch nicht fest und fängst wieder von vorne an das kann durchaus eine sehr zeitaufwendige veranstaltung werden und dadurch dass ich die möglichkeit habe das videosignal des der kamera direkt hier auf dem display zu haben brauche ich im prinzip im idealfall nur einen take und habe das ganze ding im kasten finde ich also eine sehr sehr schlaue lösung dass man ein ergänzendes display gleich integriert und ihr seht wenn man es nicht braucht ist es nicht nur nicht störend sondern es ist einfach weg und einfach ganz flach sehr schöne durchdachte lösung die wie ich finde den gimbal durchaus abhebt von seinen mitbewerbern mit dem webel 2 hat sie durchaus sehr sehr viel richtig gemacht trotzdem habe ich noch den einen oder anderen kritikpunkt und der eine kritikpunkt richtet sich danach oder ist eigentlich meine empfehlung wenn ihr euch für den gimbal interessiert ist ein sehr schöner sehr kompakter gimbal den man fast überall mit rein bekommt jemand fast immer überall mit dabei haben kann dann solltet ihr euch nicht an den standard ausführungen kaufen die ich jetzt hier habe sondern einfach noch ungefähr 40 euro mehr ausgeben für die sogenannte für das sogenannte combo kit mit zweitem griff und dann könnt ihr nämlich folgendes tun das was ich jetzt hier mit dem standfuß mache dann habt ihr nämlich einen separaten griff den hier oben dran schraubt man kann das natürlich jetzt sich auch mit diesem standfuß machen und dann habt ihr eine zweipunkt stabilisierung das macht wahnsinnig viel aus mir geht es zum beispiel mir geht es auf jeden fall so wenn ich mit dem gimbal arbeite und ihn nur an so einem einfachen an der einfachen stange sag ich mal festhalte ich habe immer solche wackeler drin ich kriege die auch nicht raus so viel wie ich auch mit dem gimbal arbeite und wenn ich das mit dieser zweipunkt oder zwei punkt fixierung benutzen kann habe ich eine wesentlich stabilere halterung und ergänzend dazu machen wir mal wieder den pf modus ein ergänzend dazu und stellen wir auf die ausgangsposition hat man damit auch gleich die sehr schöne position eine sehr stabile position um den gimbal auch niedrig zu halten beispielsweise um damit bodennah zu filmen also deswegen solltet ihr euch auf jeden fall die variante mit dem zweiten griff kaufen der wenn ich den jetzt hier dran geschraubt habe kann ich ihn nicht mehr richtig hinstellen dann steht mir das ganze ding zu wackelig und die ganze konstruktion fällt um muss ich also wieder abschrauben dann wieder dran schrauben macht das ganze auf jeden fall etwas unhandlich und auf jeden fall ein wenig umständlich die zweite der zweite kritikpunkt betrifft das thema video übertragen wir haben es ja gerade gesehen mit dem mit der ganzen funkstrecke mit der variante wenn ihr euch die funkstrecke mit kauft die natürlich auch nachkaufen können wenn er zum späteren zeitpunkt vielleicht dann doch erwägt man hätte es noch eleganter und einfacher und auch kostengünstiger lösen können indem man nämlich die den bereich wo wir hier die zwei vorne und ein usbc anschluss hinten haben hätte man auch eine hdmi anschluss einbauen können dann hätten wir auch gleich das funksignal auf den monitor übertragen können ohne dass wir eine ergänzende funkstrecke braucht mal abgesehen vom kostenfaktor wäre das auch wesentlich handlicher denn wir müssen nicht nur eine separate funkstrecke unter der kamera platzieren der webel 2 von jean ist ein absolut ausgereifter sehr kompakter und sehr leistungsfähiger gimbal der absolut auf der höhe der zeit ist und technisch genau das bietet was ein gimbal heutzutage bieten kann und mit seiner traglast von 3,3 kilo sollte er eigentlich für nahezu jede spiegellose kamera kombi ohne probleme verwendbar sein solltet ihr euch den gimbal kaufen wollen solltet ihr euch dafür interessieren meine absolute empfehlung kauft nicht das standard set das ich jetzt hier habe sondern gebt die 40 euro mehr aus und kauft euch gleich die variante mit dem zweiten griff so dass ihr einen zweiten fixierpunkt habt und den gimbal deutlich stabiler und deutlich besser bedienen könnt und ihr könnt natürlich auch den griff später nachkaufen dann macht es ist das ganze aber glaube ich ein wenig teurer als wenn ihr das nachkauft und der gimbal hat natürlich noch eine absolute ausbau ebene wenn ihr später mal das ganze mit funkstrecke verwenden wollt und insbesondere die funktion mit dem externen zweiten monitor verwenden wollt dann habt ihr auch später die option euch dann die funkstrecke nachzukaufen und das ganze dann wirklich zu einem absoluten profi paket auszubauen